Ich habe schon erzählt, vorhin da, als ich mal rüber geflogen bin, da haben sie vier Spitfire rein spornen lassen. Ja, schießt alle ab. Hab ich auch. Und der Gladiator war der plötzlich vor einem Sporn hinter mir und hat mir in Kühlwasser geschossen. Ich habe erst die drei Kontakte gesehen und dachte, es sind G50er. Und als ich dann genauer hingeguckt habe, dachte ich, oh, die sind ja doch recht dicht, die Gladiator. Naja, vor allem, die können so toll am Propeller hängen. Ich hatte noch mit einer das Spitfire gerade gekurbelt und wie gesagt, kurz vor Frenchpoint, da war ich jetzt nicht der Meinung, dass das Gladiator sein könnten. So, fertig. Ich drehe mal die Motor ein bisschen hoch. Und Abfahrt. Oh, Rakete. Dann war auch ein Kartoffelacker hier, ne? Oh, die Luftwaffe sind wir da noch rein. 110 mit Bomben starten, vor allem mit den 500ern, das ist immer so ein Eier-Tanz, finde ich. Ja, da fand ich, du wirst ja auch in die Luft geschleudert, wenn ich gut will. Naja. Das hat ein bisschen was für einen Skisprung. Ja, das würde ich direkt auf den Kurs 300 geben. Ja, mach mal. Ne, mal Leistungsrück auf 125. Ja. Vielen Dank für die. Ja. Ich berichte dir an der PK aus, was ich auf 6.000 Metern erkennen konnte. Mhm. So, ich habe mal die Kühle halb geschlossen. Ja. Ein bisschen Höhe könnte man ruhig mal schauen, will das? Ja, ich würde schon mal auf 2K oder was, auf mindestens hoch. Ja. Ich würde mal ein bisschen überrollen und dann würde ich, äh, längst dazu anstiegen. Ja, genau. Dann würde ich eher die Kühle halbieren und so eher die USB. Äh, magst du, also die sind ja eh aufgefehlt in einer Linie, magst du irgendwie die vordersten angehen und ich werfe auf die hintersten? Können wir auch so machen, ja. So die, oder umgekehrt, du nimmst, das ist vielleicht gescheiter, weil du kommst das erste rein, vielleicht du die hinteren und ich nehm die vordersten? Also die südlicheren, die da am Südrand vom Flugfeld aufgefädelt sind. Ja. Am nördlichen Teil, oder? Ja, oder ne, im festlichen Teil steht auch noch Siegling, aber nur Einzelne, ne? Ja. Ne, ich würde einfach die Kontakte hier nehmen, die direkt aufgefädelt sind. Ja, genau. Ich glaube noch, bis wir in einer Linie sind dann. So, ich drücke langsam ein. Äh, bist du der Nagel noch dran, dass du... Ich bin... 500 Meter hinter dir. Ja, ich glaube. Wollte eigentlich 15 Sekunden sein, ne? Ja. Ich würde direkt über dieser 1,0 abfliegen. Ähm. 1,0, okay. Nimmst du Gas raus? Äh, ich nehm ja Gasposition auf, ich nehme mal 0,8 oder so. Ja. Sonst will ich gestern nicht schnell hier. Victor. Oh, da raucht schon einiges. Ja, da gefällt schon irgendwas, ja? Warte, pauke, pauke. Pauke, pauke. Ah, Gasposition auf, ich nehme mal ganz raus. Ja, ja, Victor. Bei mir schüttelt es auch schon. Oh, das sind aber ordentliche Bombenkrat da, hey. Ich glaube, da ist schon einiges zerstört. Aber die Gebäude stehen ja noch, ne? Ja, ja, wir kommen. Wir kommen auch direkt zu der Bombenkratie. Vielleicht die Flak? Ja. Ja, wir kommen raus. Wir kommen raus. Drie mal Lisa. Jetzt, wir kommen weiter da wieder. Jetzt fliegt der weit auseinander, aber einer dreht, der andere fängt noch. Also, ich bin auf 1, Kurs 1, 5, 0. Ich sehe Hans ja auf meiner weiten 4 Uhr. Ja, der hat gerade nach der Füße gekriegt. Ne. Einzelner Feind, Feindmaschine, auf meiner 3 Uhr stützt mich an. Bist du über Wasser, oder ist das an der anderen Seite? Nassen Fusses, nassen Fusses. Na, Victor. Da ist ne... Oder? Was ist das? Ne, das ist ne G50, sorry. Ah, hier über der Radarstation, oder? Direkt über der Radarstation, genau. Aber hier ist Luftkopf, diese zwei Maschinen unten am Kurbel. Biss mehr, äh, voll spitze. Das sind zwei G50er. Alles G50er, glaube ich. Na, Victor. Schaut zumindest so aus. Skipper Bandits, 3 o'clock. Ne, da muss irgendwas Feindliches dabei sein. Irgendwas muss hier herumfliegen. Ja. Mein Potschatz hat noch nichts gemeldet. Ah, ich sehe aber... Ich sehe aber nur die G50er, komischerweise. Ja. Oder liegt irgendwo ein Boot. Kann auch sein. Ich bin wieder Ante dran. Na, Victor. Klingen wir ab nach Hause, oder? Ja. 1, 2, 0. Meine Blenheim, eine Torfighter, zwei Hurries und eine Spitzmeierung. Äh, einzelner Kontakt, meine 1 bis 2 Uhr weit, fliegt von Ost nach West nach England rein. Ungefähr wie bei Dien. Vielleicht unterhalb. Da sehe ich einen rausfliegen. Ja, stimmt. Dann ist noch einer, der einem entgegenkommt. Genau, der ist aber deutlich hinweg. Ja. Der eine stürzt jetzt, vielleicht hinter dem Heer. Er scheint, als würde er den anderen angehen. Da muss man ein bisschen überrollen, zum Anschneiden. Flak schießt. Das eine dürfte ein Deutscher sein. Ja, das eine, vordere, das angegangen wird, ist eine Spiti, dahinter ist eine 109. Na, Victor. Boah, die Flak hier, Wahnsinn. Ja. Das Spiti geht defensiv. Boah, ich glaube, das ist sogar eine menschliche Spiti, die so wieder fliegt. Voll. Wie bist denn du von Kai ausgesehen, Hansjahr? Ich bin, glaube ich, rechts, auch bei der 3 Uhr. Okay, ich gehe einmal rein, oder versuche es zumindest. Ja, Victor. Warte noch einen kleinen Moment. Treffer am Heck. Ja, bitte. Ich gehe wieder hoch. Aber hier sind jetzt jede Menge 109er. Ja. Speedy hat 6. Ich komme von oben rein. Ja, Victor. War viel jetzt abgesprungen. Könnte sein, dass das war. Ja, ich glaube, das war er. Ich bleibe oben. Ziehe mich wahrscheinlich. Ja, das war er nicht. 5 Meter hoch. Oh, du. Kennst du bis hier auch auf Hallo, ja, was ist das? 30? 45. Ich glaube, da fliegt einer bei Dove. Oh, 30. Und ja. Äh, Fuchsdorf ist das ja. Nee, Dove doch. Ja, das wird jetzt gleich gerade eingeschlagen, oder? Ich versuche gerade dich wieder zu finden, haben sie ja. Ihr fliegt gerade durch den Dove auf Hallo, 30. Da kreist einer über der Stadt auf Hallo, ja, vielleicht 33. Oh, das ist ein V-Fighter, glaube ich. Äh, jetzt eigentlich da, wo die Radar schwebt, wie hoch oder so. Stück Landeinsatz, Hallo, 32. Okay, Victor. Ich muss erst Höhe machen, bin erst 28. Ja. Könnte sein, ähm, dass das die eine menschliche Bo-Fighter ist. Oh, das ist jetzt klar, ich stür geradeaus. Oh, ein weiterer Kontakt über der Schweinebucht. Aufs Wach, nur 40. Ah, er fängt schon an zu kurbeln, ja. In den Bo-Fighter? Mhm. Bist du schon ein Jahr dran, oder was? Ja, wir sind. Ah, ich glaube, ich sehe euch, ich sehe euch. Aber wir wollen das ja noch machen. Ja, mach das nicht. Nee. Ich komme von Süden, von Dover heran, brauche aber noch. Ja. Ich würde hier sonst mal ein bisschen zu ziehen. Richtung 5, um die Püsse runter. Ja. Ja. Ich gehe mal ein bisschen runter. Ja, Kuff dir hinterher. Das ist noch eine zweite Beinbildung, um 6 Uhr. Ich sehe immer noch einen F... Oh, was? Irgendwas... Nee, ich glaube, Ketz stürzt rein gerade. Ja. Oh, jetzt ist die Flak rum, ne? Ja, Vorsicht, Flak. Ja, der Ketz kommt rein. Ja, meine Maschine rüttelt jetzt auch schnell lecker hier nicht. Alle raus. Ist klar. Bo, hängt aber noch. Ich komme jetzt hinten ran, schnell. Soll ich mich drehen, Herr Lieder oder Wolf? Nee, passt schon. Bleiben wir einfach schnell. Ja, ich fühle mich jetzt ganz so gut. Ich gehe mal, ob es die wäre noch. Der schießt. Aber viel zu weit. Der ist... Du bist über einen Kilometer hinter ihm. Also vor ihm, meine ich natürlich. Ja. Jetzt ein anderthalb, zwei Kilometer hinter dir. Ich glaube, zwei KI sind jetzt Inland bei Dover. Die folgen uns weit. Oh, bist du gleich am Ratt, oder? Oh, seit dem Camp? Bin noch dran. Oh, Palikin. Highlight kill, ja, ja. Sehr schön. Aber er wurde schon gewarnt. Liegt mal Richtung Frankreich. Da sind drei KI hier. Die verfolgen, glaube ich, eine andere 109, die hinter mir ist. Aber... Ja, ich dreh schon. Ja, Hodo. Oh, da war noch dieser Panzergranate-Typ anscheinend auch hier, weil der C-B war vorhin an der einen Spiti beteiligt. Und der muss hier irgendwo abgeschossen worden sein, wahrscheinlich über den Klippen. Ich sehe einen... Ja, ich sehe einen Kontakt über den Klippen vertikal runterstürzen. Ich glaube, das ist unser Hurricane Hero. Achso. Ja. Und... Ja, hat halt alles drin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017